Ich bin Misa Meier, bin 16 Jahre alt und komme aus Siegsdorf. Seit September dieses Jahres mache ich eine Ausbildung zur Industriekauffrau bei der Firma Brückner in Siegsdorf. Dank des Karriere-Kompass des BLSV und der Firma Brückner wird es mir ermöglicht, sowohl Leistungssport, Skilanglauf als auch eine gute Ausbildung miteinander zu verbinden. Und jetzt nehme ich euch mit in meine Welt. Zene 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 Nein! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.